Welche Meditationszeit ist die beste? Gleich am Morgen, in der Früh oder doch lieber am Abend? In diesem Video vergleiche ich die beiden für Dich und dann kannst Du für Dich ausprobieren, welche ist die beste für Dich? Meditation am Morgen oder Meditation am Abend? Und es gibt für beide Punkte, die dafür sprechen, aber auch dagegen sprechen. Das Tolle daran ist, das kannst Du selber ausprobieren und für Dich dann die richtige Meditationszeit einfach finden. Fangen wir mit der Meditation am Morgen an. Es gibt aus den alten Schriften so ideale Zeiten für Meditation, die ist dann häufig so um 4 Uhr, 5 Uhr morgens Sonnenaufgangzeit, man nennt sie auch die Ambrosischen Stunden, ist im Alltag eher nicht so umsetzbar. Deshalb ganz, ganz kurz nur als Hintergrund. Warum genau zu dieser Zeit? Man weiß es inzwischen aus der Meditationsforschung, dass der Melatoninwert dort bereits so am sinken ist. Und der Serotoninwert, unser Tages-, manche nennen es auch Glückshormon, steigt schon so weit. Und da ist irgendwo der Punkt, wo die beiden sich treffen. Und wo Du dann langsam wieder anfängst, Dein Schlaf wird seichter, wird leichter und dann geht es in den Tag hinein. Und genau an diesem Punkt, wo Melatonin und Serotonin so ihren Knickpunkt haben, da zu meditieren. Dann bam, das soll die beste Zeit sein. Das ist aber zu einer Zeit, die ich Dir im Alltag jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, wenn Du überhaupt erstmal in die Meditation hineinkommen wirst. Deshalb nur so als Hintergrund. Worum es wirklich geht, Meditation am Morgen, das bedeutet für Dich, finde in Deinem Morgen, ob Du jetzt um 6 Uhr aufstehst, um 7 Uhr, um 8 Uhr, um 9 Uhr, das ist dann Dein Morgen. Und dort findest Du Deinen Punkt. Starte nicht gleich mit einer halben Stunde und merke dann, oh, das ist aber sehr, sehr viel, ich weiß gar nicht, wann sollen die das unterbringen. Und dann gibst Du nach drei Tagen wieder auf. Starte ganz, ganz klein, Micro-Actions. Ganz klein starte mit Deiner Meditation am Morgen. Ein guter Punkt, den ich Dir dabei empfehle, ein Zeitpunkt innerhalb von Deinem Morgen, ist beispielsweise vor dem Duschen noch, aber außerhalb des Bettes. Wenn Du den da irgendwo einbaust, Deine Meditation, an einem Meditationsplatz oder richtig hingestest. Nicht im Bett, weil Bett ist, kennst Du aus dem Video über Schlafen. Bett ist mitprogrammiert für uns für Schlaf. Und deshalb ist es nicht so gut darin zu meditieren, wenn man in den Tag hineingehen will. Deshalb raus aus dem Bett. Aber bleib noch sehr, sehr nah in Deiner Umgebung. Zum Beispiel in dem Raum, in dem Du schläfst, hast Du Deinen Meditationsplatz. Und dort meditierst Du am Morgen. Das hat dann den Vorteil, Du gehst damit in den Tag. Du bringst Dich für den Tag in eine bestimmte Stimmung. Meditation bedeutet in dem Fall am Morgen auch nicht, dass Du ganz versuchst, so in der Stille zu sein. Das ist eine Form der Meditation. Kannst Du machen. Ich empfehle Dir eine andere Form der Meditation. Nämlich sei darüber im Klaren, was ist heute meine wichtigste Aufgabe. Was ist heute das Ding, das ich lösen möchte, das ich angehen möchte, an dem ich dranbleiben möchte. Und das nimmst Du in Deiner Meditation mit. Das bedeutet in dem Fall ganz klar, Du darfst in dieser Meditation denken. Meditation heißt nicht, gedankenlos zu sein. Heißt nicht, in jeder Form in die totale Gedankenstille zu kommen. Das ist eben eine Art der Meditation, aber es ist viel, viel effizienter in den Tag zu steigen, wenn Du jetzt schon weißt und Dir darüber klar wirst, was gehe ich heute an. Wie wird das Ergebnis sein? Wie fühlt sich das an? Was muss ich alles bedenken? Mit welchen Menschen muss ich interagieren? Das sind die Dinge, die wichtig sind. Das kann eine Problemstellung sein. Das kann ein großes Thema sein, wo Du vorankommst. Völlig egal, dieses eine Ding, was ist heute dran? Das nimmst Du in Deinen Morgentagen mit hinein. Du kannst auch einen anderen Punkt nehmen, in dem Du Dich in eine bestimmte Stimmung hineinbringst. Wofür bist Du dankbar? Eine Dankbarkeitsmeditation. Du kannst auch eine geführte Meditation machen. Nimmst Du Dir Kopfhörer drauf und dann lässt Du Dich von jemandem, sei es Du selbst oder von jemand anderem, durch diese Meditation in den Tag hineinführen. Aber das ist der Morgenpunkt, wo es in den Tag hinein startet, wo Du sozusagen wirklich den Startschuss gibst. Wie bei einem 100 Meter Rennen oder vielleicht sogar einem längeren, einem Mittelstreckenlauf. Dort hast Du den Startschuss. Und so wie es in der Früh losgeht, so bestimmst Du Deinen ganzen Tag. Ist es in der Früh schon, oh nee, ich will nicht aufstehen und jetzt wieder in die Arbeit, dann ziehst Du eine mögliche Energie, die hochgeht, schon von Anfang an runter. Geh also mit der entsprechenden Stimmung, mit dem Mut, M-O-O-D, in den Tag hinein. Und dann hast Du diesen Startschuss schon gemacht. Das Gegenteil davon, die Meditation am Abend, wofür ist jetzt die gut? Da empfehle ich Dir das Gleiche wie am Morgen. Wenn Du noch am Anfang Deiner Meditationspraxis bist, starte auch hier mit einer kurzen Meditation und dehne sie langsam aus. Und mit langsam meine ich wirklich so Woche für Woche ein Stückchen. Bis Du in einigen Wochen, vier, fünf, sechs Wochen in Deiner Meditationszeit bist, wo Du eigentlich mal hin möchtest. 15 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung. Das suchst Du Dir aus. Und der Abend ist dafür da, wieder runter zu kommen. Ein guter Punkt für die Abendmeditation, wo das für Dich klappen könnte, während so einem Abendprogramm. Du hast vielleicht ein Abendessen. Du möchtest noch ein bisschen runterkommen. Manche lesen was. Manche sitzen auf der Couch und gucken Fernsehen. Gehen danach ins Bett. Wo baust Du die da jetzt ein? Meine persönliche Empfehlung ist, sie an einen Punkt einzubauen, wo danach nicht mehr viel Neues reinkommt. Also zum Beispiel nicht vor einem Fernsehabend. Nicht vor einem Abend, wo Du noch die ganze Zeit vor dem Internet bist, wo Du noch irgendwas spielen willst, wo Du vielleicht noch mit Freunden rausgehst. Sondern an einem Punkt am Abend, wo danach wirklich es langsam runter geht und Du lässt den Tag damit ausgleiten. Das ist der Punkt. Das kann zum Beispiel kurz vorm Bett gehen sein. Wenn Du da allerdings schon sehr, sehr müde bist, wirst Du merken, dass es schwer ist, in die Meditation reinzukommen, weil Du schon Schlafdruck aufgebaut hast. Du hast schon relativ viel Melatonin, Dein Schlafhormon drin und möchtest eigentlich lieber rüber ins Bett gehen und einschlafen. Dann ist es der Punkt, wo Du schon zu spät bist. Dann solltest Du es vorziehen. Das kann man aber nicht für jeden Menschen einfach pauschal sagen. Deshalb musst Du da wirklich mit Dir verbunden sein und musstest für Dich herausfinden, wo passt das gut hinein. Und dann hast Du da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Verarbeitete vom Tag einfach runterzuziehen, in den Hintergrund zu bringen und in den Abend, in die Nacht hineinzugleiten. Weniger Geballer mit weniger Input. Du kannst nochmal den Tag Revue passieren lassen. Was war daran Tolles? In welche Stimmung bringst Du Dich jetzt auch wieder für die Nacht hinein? Das hat auch was mit Einschlafqualität danach zu tun. Also nutzt diese Meditation auch gerne wieder mit Denken und fahr runter. Lass diesen Tag Revue passieren lassen. Wie war das? Mit welchen Menschen war ich zusammen? Welchen bin ich begegnet? Wie bin ich Ihnen begegnet? Wie sind Sie mir begegnet? Was kann ich da vielleicht besser machen? Welche Stimmung haben die mir erzeugt? Wofür bin ich heute dankbar? Es gibt so viele Punkte, die kannst Du da einbauen. So richtig auch wie eine kleine Checkliste, wie ein kleines Programm. 3, 4, 5, 5, jetzt mit welchen Menschen war ich zusammen? Welchen bin ich begegnet? Was war heute mein wichtigster Punkt? Wie ist es mir geglückt? Das kannst Du dann durchgehen und Dich jedes Mal auch wieder so in die Stimmung bringen, die Du jetzt ins Bett gehen willst. Und damit kannst Du schon ganz, ganz viel wegverarbeiten, sodass Du, wenn Du dann wirklich im Bett liegst und Du wirst einschlafen, wird Dir das viel, viel besser gelingen, weil Dein Kopf nicht mehr so viel zu denken hat, weil nicht mehr so viel zu verarbeiten ist. Das ist der Vorteil der Abendmeditation. Und deshalb gibt es nicht den Zeitpunkt am Tag, der der Beste ist, sondern es gibt den, der für Dich der Idealste ist. Und da kann Dir wirklich niemand anders helfen, als Du Dir selber, indem Du es ausprobierst. Und das ist das Schöne daran, Du kannst rumprobieren, Du kannst es mal 2, 3 Wochen lang morgens probieren und mal hineinfühlen, wie wird das? Dann kannst Du mal den Abend hineinwechseln, hineinfühlen, wie wird das? Und dann merken, ah, der Abend passt bei mir besser. Du kannst aber auch hergehen, wenn Du abends noch was vorhast, Du bist mit Freunden unterwegs, es ist jetzt echt knapp. Da ist es auch okay, wenn Du zum Beispiel Deine Meditation verkürzt, dann machst Du in diesem Abend nur 5 Minuten. Oder Du ziehst sie, weil Du das jetzt schon weißt, heute Abend wird es echt knapp, dann zieh sie doch einmal in den Morgen rein. Und ansonsten bist Du wieder bei Deiner Abendroutine, bist Du wieder bei Deiner Abendmeditation. Und das Gleiche geht auch andersrum. Wenn es morgen sehr, sehr knapp wird, weil Du heute schon früher aufstehen musst, weil Du irgendeine Reise vor Dir hast, weil Du irgendwie was anderes vor Dir hast, was nicht zu Deinem sonstigen Tagesablauf passt, dann kannst Du jetzt schon wissen, ah, ich mache es lieber abends. Gut. Und das ist der Vorteil dabei. Du bist total flexibel. Das ist kein starres System. Probier es für Dich aus, ob Du der Morgenmeditationstyp bist. Und das muss gar nicht mit Morgentyp, irgendwelche Lärchen zu tun haben. Oder ob Du eher der Abendmeditationstyp bist. Und das muss auch nichts mit dem Meulentypen zu tun haben, sondern einfach nur, wo passt es für Dich? Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Schreib es unten in die Kommentare, welcher Typ bist Du? Und zu welcher Tageszeit findest Du es am besten zu meditieren? Und wenn Du noch Fragen hast, dann stell sie mir einfach unten in den Kommentaren. Und wenn Dir dieses Video gefallen hat, dann schick es gerne weiter und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.